so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es ein richtig 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 fettes gerät das passt nicht mal auf die kamera ist unfassbar heute gibt es die penthouse von nico die ich für sage und schreibe 30 euro bei hornbach erworben habe guckt euch das dicke ding an es passt jetzt mal noch weiter raus weil fast jetzt passt ungefähr drauf es ist auch wir sind auch ausgeschöpft vom winkel also weiter kann ich nicht mehr rausgehen so sieht das teil aus unfassbar groß hier wieder ein bisschen längere lunte gemacht dass wir zeit haben zum wegrennen dass wir auf die kamera alles bekommen ich freue mich so heftig auf dieses teil wer das nicht kennt der hat echt was falsch gemacht das ist schlechthin einer der geisten nico batterien die es überhaupt gibt ja hier an einem haben wir da auch 490 gramm also die haben das so viel reingepackt und leute jetzt werden wir diese fette fächer fächer batterie zünden ich wünsche euch ganz viel spaß bis gleich zündung so leute jetzt die nico penthouse eingebaut und los geht's zurück und 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 Das war's für heute. Kau für den Film, Alter.